Wir sind heute in der Lage, Fähigkeiten von verschiedenen Minecraft-Monstern anzunehmen. Diese 7 gibt es zur Auswahl und du erhältst die Fähigkeit, wenn du es schaffst, innerhalb von einer Stunde die meisten einer Art zu töten. Diese Fähigkeiten sind teilweise super OP, ihr solltet also definitiv dranbleiben, um zu sehen, welche Fähigkeit welchen Vorteil mit sich bringt. Lasst außerdem einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit wir bald die 1,5 Millionen Abonnenten knacken können und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Das Monster-Fähigkeiten-Battle geht in die erste Runde. 3, 2, 3, 2, 1, go! Viel Erfolg! Euch! Euch viel Erfolg! Wir haben eine Stunde Zeit, um 7 Monster am häufigsten zu töten. Denn die Person, die am Ende die meisten Monster tötet und zwar Enderman, Blazes, Skelette, Katzen, Delfine, Creeper und Villager, wer von diesen Kreaturen die meisten tötet, kriegt für jede einzelne Kreatur Vorteile und zwar basierend darauf, was diese Kreaturen und Monster so in Minecraft können. Das können beispielsweise super gute Buffs sein, dass du beispielsweise in der Lage bist, wie eine Blaze Feuerprojektile zu schießen, generell immun bist gegen Feuer oder dass du wie eine Katze zum Beispiel super schnell bist und keinen Fallschirm bekommst. Also ein super, super interessantes Battle. Das Ziel wird, nachdem wir uns jetzt eine Stunde lang equipped haben, wird es sein, dass wir Bob, den Enderdrachen und den Warden töten. Das geht dann hoffentlich mit den jeweiligen Fähigkeiten auch ein bisschen einfacher. Es wird sehr, sehr interessant. Lasst unbedingt einen Like da. Schreibt in die Kommentare, wenn wir das nochmal ein zweites Mal machen sollten. Welche Monster sollten wir noch hinzufügen, mit welchen Fähigkeiten? Und vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir bald die 1,5 Millionen Abonnenten knacken können. Und ich sage euch so viel, wir sollten als aller, allererstes... Ja, ist ehrlich gesagt eine gute Frage, worauf wir als allererstes gehen. Denn wir sollten auf jeden Fall, weiß ich nicht, so schnell wie möglich auf Creeper und Skelette gehen. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich möchte eigentlich auch Blazes spielen, Enderman, wenn er auch geil... Es ist halt so ein bisschen die Frage, gehe ich so schnell wie möglich in den Nether und kümmere mich erstmal um Enderman und auch Blazes? Weil Enderman haben auch eine krasse Fähigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die ganzen Fähigkeiten schon direkt spoilern möchte. Oh, die kümmere... Eieieiei, die Skelette, die gönne ich mir direkt. Das ist Skelett Nummer 1 auf unserem Konto. Ich bin mal gespannt, worauf am Ende die anderen gehen werden. Freunde, es ist klar, was wir machen, oder? Es ist gar nicht klar. Ich habe doch gerade Bullshit gequatscht. Was sollen wir uns genau aussuchen? Ich habe keine Ahnung, also Enderman, Blaze und Skelette können wir alle relativ easy und relativ schnell über den Nether bekommen. Wir versuchen, so viel es geht im Nether zu machen, weil wir da echt ganz gute Chancen haben, halt echt relativ viele Mobs direkt mitzunehmen, so. Ich würde mir schon irgendwie wünschen, die Endermänner zu haben. Eine Enderperle fühlt sich geil an. Eigentlich bringt es die jetzt nicht so krass, aber ich will die einfach haben aus Spaß. Checkt ihr? Also, ich sage so viel. Einen Dorf zu finden wäre auch unfassbar gut, denn die Villager-Fähigkeit ist so krass. Denn ihr wisst, in Dörfern gibt es immer eine Menge Heuballen. Und dementsprechend gibt es bei der Villager-Fähigkeit unendlich Saturation. Also mehr oder weniger dauerhafte Regeneration, was so krass wäre. Aber genauso gut wäre auch die Creeper-Fähigkeit. Ich möchte eigentlich bei allen relativ oben dabei mitspielen. Deswegen kommt es, ich sage euch ehrlich darauf an, so effizient wie möglich in allen Kategorien zu zocken. Und auf jeden Fall mich besser anstellen. Ich will auf jeden Fall ordentlich Fähigkeiten bekommen. Das ist schon Skelett Nummer 2. Und wir machen direkt weiter mit unserem ersten Enderman und auch einer Enderperle. Das erste Skelett in dieser Challenge. Boom! Plus ein Skelett auf unserem Konto. Merken wir uns. So, aktueller Stand. Ein Enderman, zwei Skelette und ein Creeper. Ich möchte mir nochmal schnell Wasser holen. Dann das Rune Portal checken wir ab. Und ich glaube, dann gehe ich in die Höhle nochmal ein bisschen weiter rein. Wir holen uns nochmal ein bisschen Essen. Das sollten wir nicht unterschätzen. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall die Perspektiven von Heiko und Stege immer wieder sehen. Mal sehen, was die für Taktiken haben. Was würdet ihr sagen? Ich glaube, niemand wird auf Delfine so richtig krass gehen. Aber genau deswegen denke ich mir mal, wenn wir so ein paar Delfine töten, haben wir Delfine schon eventuell auf unserer Seite, denke ich. Nimmt mal mit. Die nimmt mal mit. Auf Spawn-Team musst du mitnehmen. Creeper für TNT. Wer weiß. Ich meine, ich glaube, ich nehme trotzdem alles mit, solange wir jetzt nicht direkt genau auf eine Sache gehen. Damit wir einfach in der Zeit ein, zwei Farmen. Wisst ihr, am Ende kommt so leid auf einen an. Und dann haben wir den vielleicht. Kümmern wir uns erstmal um den Nether. Und eventuell abchecken, was wir dort vielleicht für einen Spawn haben. Vielleicht direkt in Warp Forest und wir können uns direkt um Enderman kümmern. Crimson Forest. Aber eine Festung. Eine Festung ist ja schon mal eigentlich ganz cool. Okay. So, Blazes gibt es auch auf unser Konto. Ist halt die Frage, wie viele Blazes sollte ich mitnehmen? Weil es kann halt sein, dass die anderen halt überhaupt nicht auf Blazes gehen. Und ich allein deswegen schon mal einen kleinen Vorteil habe. Weil ich will ja logischerweise auch nicht jetzt super, super viel Zeit hier wasten. Und eventuell zu lang hier sein. Ich sag euch ehrlich, ich hau hier wieder ab. Ich hab jetzt vielleicht so sechs oder sieben Blazes getötet. Aber ich verlasse mich einfach mal darauf, dass ich vielleicht damit die Fähigkeit bekomme. Und vielleicht glücklicherweise die anderen gar nicht erst auf den Nether gehen. Und ich möchte jetzt nochmal in der Overworld ein bisschen rumlaufen. Gerade bei Nacht, wenn draußen Skelette und Creeper und so weiter spawnen. Muss ich auf jeden Fall die mitnehmen. Wobei Blazes Attacke wäre halt schon geil, ne? Wollen wir die Blazes Attacke uns überlegen zu holen, Chat? Ich hab die ganz vergessen. Ich weiß, die haben wir halt nicht getestet, wie geil die ist. Boah, die hätte ich eigentlich auch halt voll real gerne. Noch mal ein Skelett. Nehmen wir auch mit. Komm. Wenn wir gerade schon Nacht haben, geht's aber weg hier. Boah. Das mach ich auf jeden Fall direkt mal. Einen Delfin mitnehmen. So leid mir das auch tut. Aber wenn ich schon mal einen sehe. Ist das am Ende? Oh Gott, das fühlt sich schrecklich an. Ja, Feierrede wäre jetzt so richtig. Oh mein Gott. Oh, das sieht doch gut aus hier unten. Oh, das sieht richtig, richtig lecker aus hier unten. Enderman sogar auch. So, mal wieder einen Creeper auf nebenbei mitnehmen. Boah, das fühlt sich leider alles nicht so super effizient an. Wir machen noch ein paar. Machen wir noch. Kann es denn eigentlich hier das größte Planes-Biom aller Zeiten sein? Aber es gibt kein einziges Dorf. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz hier in den Nether und gucke, ob ich einen Warp Forest sehe. Okay, wir gehen hier nach oben und hoffen, dass wir es halt in der Ferne Warp sehen. Naja, alles andere als Warp, ne? Unser erster Nether-Innerdots auch schon keinen Warp Forest spawnen gegeben. Maybe jetzt hier. Weil dann gehe ich auf jeden Fall erstmal auf Enderman. Ach, Crimson Forest. Nope, leider nicht. Wie der mir gerade so eine gegeben hat mit seiner linken Hand, wie das aussah. Wie er so einen einwischt einfach so. Ich habe irgendwie ein sehr gutes Gefühl, dass hier ein Dorf ist. Jetzt geht es los. Dorf Nummer 1. Hoffen wir mal, dass es nicht das letzte war. Und nochmal nebenbei die Skelette mitnehmen. Sehr, sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Chance noch aufs Skelett haben, leider. Nee, gar nichts, Chat. So brutal sich das jetzt auch anfühlt. Aber wir müssen es tun. Zwei. Hoffen wir mal nicht, dass der Eisengolem von dieser Aktion jetzt hier mitbekommt. Da ist schon wieder ein Enderman. Alter, wir holen das Enderman-Ding hier noch in der Cave einfach. Was ist denn hier los? Wir haben noch nie so viele Enderman in der Cave gesehen, hä? Aber ich sage euch ehrlich, ich beschwere mich nicht. Ich glaube, wir haben unsere Taktik gefunden. Ich glaube nicht, dass wir da auch noch viel changen werden hier drin. Bro, ich komme mir vor, als würde ich halt in einem Raid mitspielen, ne? Tue ich aber nicht. Und nebenbei kümmern wir uns auch noch mal um die Kollegen. Hallo. Na, wo sind denn alle Villager hin? Das tut mir, by the way, auch leid, ne? Ich habe kein gutes Gefühl dabei, die Katze zu töten. Aber, naja, wir müssen es halt tun. Nicht zu lange jetzt hier in einem einzelnen Dorf aufhalten. Es sollte irgendwo noch eine zweite Katze geben. Aber darauf verzichten wir jetzt erstmal. Oh, da ist die zweite Katze. Ich verzichte doch nicht so auf die. Erledigt. Also, zwei Katzen. Richtig viele Villager. Und gerade Skelette und Creeper laufen auch gut. Halt nur Enderman nicht. Aber ich bekomme auch keinen Warp Forest. Und das nach der Hälfte der Zeit. Und ich würde sagen, sobald wir den nächsten Lavasee sehen sollten, da gehen wir dann halt wieder rein und checken wieder, ob wir in einem Warp Forest sind. Ansonsten kümmern wir uns um weitere Dörfer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mehr Katzen. Mehr Villager. Mehr Fähigkeiten. Oh mein Gott. In die Meute. Heilige. Digga, was geht denn bei euch ab? Warp. Oh mein Gott. Ist jetzt halt die Frage, ob es überhaupt Warp ist. Guten Morgen. Aufstehen. Hallo Zombie. Ich übernehme schon mal die Arbeit für dich. Katze. Nummer 3. Er liegt. Oh Gott. Und ist gewittert. Ich sehe es schon kommen. Karma wird mich gleich einholen und mich wirklich noch vom Blitz treffen lassen. Okay. Schade. Ich hoffe, dass wir am Ende mehr haben werden als die anderen. Vielleicht haben die anderen nicht so großes Glück und sind auch auf Villager gegangen und haben auch Dörfer gesucht, aber haben nicht so viele gefunden. Weil die beiden Dörfer hatten ja offensichtlich, habt ihr ja auch gesehen, noch alle Villager dort. Das heißt, hier war auf jeden Fall noch niemand. Boah, ich hätte sogar noch Bock, eventuell Villager zu suchen. Dass wir noch so ein paar Minuten Villager, also dass wir jetzt ein paar Minuten Endermänner machen. Und dass ich mir dann überlegen könnte, dann bringen wir uns um, gehen noch sogar fast in ein Dorf und suchen noch vielleicht irgendwie zwei Villager her. Ich überlege, ob ich jetzt halt in den Nether gehe. Wenn es jetzt Tag wird, ich muss auf jeden Fall nochmal in den Nether. Ich muss unbedingt einen Warped Forest finden. Warped Forest mit Enderpern wäre unfassbar geil. Dankeschön für diesen wunderbaren Lavasee. Alright, gib mir bitte einen Warped Forest. Gib mir einen Warped Forest oder einen Sosan Valley. Eines von diesen beiden Biomen, bitte. Digga. Triple Crimson Forest. Vor diesem Moment, wenn im Crimson mehr Endermänner rumstehen als im Warped. Ich glaube, Endermänner gehören uns, Chad. Ich glaube, Endermänner gehören uns. Ich glaube, wir können das schaffen. Wir müssen darauf pokern, dass wir genügend Villager und Katzen haben. Ich glaube, Villager werden wir genügend haben. Wir haben die meisten Villager getötet. Katzen, mal gucken. Wenn jemand in einem Warped Forest, nee. Dann haben die halt das, was wir jetzt an Creepern und an Skeletten haben. Das hat halt einer von denen dann an Endermann. So, hoffen wir mal, wir haben noch 15 Minuten Sosan Valley, ein stabiles Biom, um Gas zu bekommen. Aber auch, um rund um, ja, egal welcher Uhrzeit, welcher Tageszeit, Skelette zu spawnen. So paradox das gerade klingt, ne. Ich bin jetzt einmal hier und wünsche mir Skelette. Hier ist kein Skelett. 10 Minuten nur noch. Dann wollen wir einfach auf Skelett gehen. Noch. Juckt, ey. Wir haben wirklich einiges gekillt, Chad. Wir haben wirklich einiges gekillt. Die letzten 10 Minuten. Jetzt heißt es nochmal Vollgas geben. Ja, ich muss euch leider sagen, also meine Taktik mit dem Warped Forest geht leider überhaupt nicht auf. Kann man eigentlich fast nur hoffen. Also, ich bin jetzt halt 1500 Blöcke in eine Richtung gelaufen. Dass die anderen vielleicht auch keinen gefunden haben. Ich kann euch so viel sagen. Ich merke auf jeden Fall, dass irgendein anderer Spieler auch im Nether ist. Weil das Spawning der Skelett der ETC wird gerade verteilt auf zwei Spieler, die sich anscheinend im Nether befinden. Ich weiß nicht wer, aber irgendjemand contestet mit mir gemeinsam den Nether. Ich glaube, wenn wir jetzt noch hier so durchhusteln die ganze Zeit. Ich glaube, wir können da noch ein bisschen was... So, wir haben... Also, wir sind auch absolut am Limit unserer Kräfte. Also, eine Holzachst. Es sagt jetzt schon eine Menge darüber aus, an was für einem Stand wir sind. Nein! Ach, das ist ja wohl kompletter Quatsch jetzt. Lassen wir hier... Nicht so schlimm. Alles noch drin. Wenn er mich irgendwie zu meinem Stuff kommen lässt. Okay, okay. Ich will nicht wissen, wo der gerade war. Wenn der sogar von einem Skelett gekillt wurde. Aber wir gucken, vielleicht können wir noch irgendwas rauszuholen. Und Southend Valley is halt auch. Oh mein Gott. Wir haben nichts zu essen, ne? Ne, tot. Oh, ist das schlimm? Ne, ist nicht so schlimm, oder? Digga, was geht denn bei denen ab? Beide gestorben. Alright. Bin ich aber gespannt. Stiege ist gegen Skelett? What? Wie das denn? Nein, macht Ske... Macht Ste... Oh mein Gott, wenn Stiege auch Skelette macht, ne? Wir könnten auch Delfine oder sowas uns holen. So aus Gag, wisst ihr? Mit Delfinen... Es ist halt... Bob ist schon leichter, mit Delfinen zu killen, ne? Also hiermit... So Delfine können wir echt noch aufquick. Wir sollten noch mal ganz kurz sterben. Okay, warte. Wir locken die alle weg. Ich hab zwei Herzen. Wenn ich mich zu meinem Bett perle, bin ich tot. Und ich kann direkt wieder mein Zeug aufsummeln. Zack. Heiko. Ich muss mir mal so ganz vorstellen, dass der Bad Reset gemacht hat. Das ist so böse, Delfine zu schlachten hier. Es ist so böse. Also wir haben auf jeden Fall über 10 Enderman töten können. Das ist... Also... Das klingt nicht nach so viel, aber ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin jetzt auch noch nicht so ultra lang hier. Und das ist halt auch echt ein semi-nicer Warp Forest. Aber wenn ich gleich nicht die Enderman bekomme... Puh. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Downy. Weil ich hab jetzt halt doch schon relativ viel Zeit in der Suche nach dem Warp Forest hier rein investiert. Plus eben auch Zeit selbst im Warp Forest. Das wär ärgerlich. Jetzt hab ich die letzte Minute angebrochen. 20 Sekunden. 20... Oh, die Enderman. Oh, wenn wir den noch bekommen. Bitte, 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 bitte. Ich hoffe, dass das reicht. Ich hoffe, dass das reicht. Eine Stunde Monster farmen ist damit beendet. Und wir sehen uns jetzt in der großen Auswertung. Wer hat von welcher Kreatur die meisten getötet und bekommt ihr dementsprechend für das nachfolgende Battle die Vorteile. Huge. 10 Sekunden. Den holen wir auch noch. 4 Sekunden. Let's come up. Oh mein Gott. Jungs, seid ihr ready? Nach der ersten Stunde auf die große Auswertung. Wer hat von den sieben Monstern und Kreaturen die meisten getötet und kann die jeweiligen Fähigkeiten für sich jetzt gleich bekommen? Das war eine sehr lange Frage. Ja, seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Wir starten mit Monster Nummer 1. Ich glaube, es müsste der Enderman sein. Enderman out. Oh mein Gott. 29? Ja, na klar. Bam, bam, bam. Ich habe gedacht, es ist kein Warped am Spawn. Ich hatte Lack, dass ich einen gefunden habe, richtig weit weg. Ich bin auch so weit weg zu einem Warped gelaufen. Holy shit. Oh mein Gott. Okay, krass. Wir gucken mal weiter. Also, Stege Nummer 1 hat die Enderman-Fähigkeit. Die werdet ihr auf jeden Fall noch bei ihm sehen. Wir machen weiter mit Review Nummer 2 mit den Blazes. Sorry, wer ist er? All right. 8-0? Stege, vielleicht hast du da die falsche Taktik gewählt. Wie kann ich die schießen gerade? Oh. Na, Junge, wie er da mit dieser Typ aussteht. Oh mein Gott. Zwei Fähigkeiten für Stege. Stege, wenn du uns jetzt hier komplett ausziehst und jetzt die dritte aufholst. Nein, nein, nein. Wir machen Fähigkeit Nummer 3. Es wären die Skelette. Wer bekommt den OP-Bogen? Ja. 112 Skelette? Was für eine Zahl. Alter. Was habt ihr gemacht? Wart ihr AFK oder was? Digga, 112? Alter. Ich bin froh, dass ich echt eigentlich auch gar nicht ein wenig zu geben habe. So, jetzt gehört die Enderman-Fähigkeit. All right, Jungs. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall so viele Fähigkeiten habt. Wie sieht es denn aus mit Fähigkeit Nummer 4 mit den Katzen? Hey, der Katzenmeister. Ja, okay. Ich glaube, ich kill einfach sowas nicht. Kein Fallschaden. Und das Beach. Kein Fallschaden ist stark. Ja, mein Gott. Danke, dass ich auch was habe. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich am Ende hier... Nun ja, dann machen wir weiter mit den Delfinen. Ja, auch ihr. Was? Hä? Vier Delfine. Okay. Weitere für Menschen. Oh, ne, ich will die mit, ey. Ich will das Delfine. Ciao, ciao. Oh mein Gott, der hat so viel Utility, das ist ja nicht mehr normal. Hier unten schießt ein Ding einfach. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Was kommt jetzt gleich bei Creepern? 538 oder so? Vorletzte Fähigkeit, Creeper. Der hat 90 Creeper? Ciao, ciao. Was hast du gemacht? Ich war, glaube ich, 40 Minuten durchgehend in der Höhle und habe alles getötet, was mir in die Finger kam. Ich habe auf einmal nur darüber gefarmt. Ja, krass. Und mit Schild und so dann die ganze Zeit bam, bam. Mhm. Schild und Giaschwert und dann 40 Minuten durchgefarmt. Deswegen bin ich so fertig. Ja, cool, Jungs. Dann kommen wir zum Letzten. Wer hat die meisten Villager getötet? Oh, jawoll. 22 auch viel. Ist das ein oder zwei Dörfer? Das waren zwei große Dörfer. Ich hätte bei beiden Sachen nur jeweils einen wenigstens. Ja, ja. Das ist krass, ne? Das ist echt. Es hat halt schon ein bisschen Zeit gekostet, Dörfer zu finden. Aber damit, würde ich sagen, ist es sehr interessant verteilt. Stegi hat drei Fähigkeiten. Ich habe zwei und Heiko hat auch zwei. Das ist ehrlich gesagt sogar sehr cool, dass jeder von uns für das anstehende Battle bestens ausgerüstet ist. Und es gilt jetzt. Oh Gott, Jungs. Mir gefällt das ehrlich gesagt. Es gilt jetzt. Bob, den Enderdrachen und den Warden zu töten. Und wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Und in drei, zwei, drei, zwei, eins geht's los. Und es geht los. Warden, Bob und der Enderdragon. Und alle sieben Fähigkeiten sind absolut stabil verteilt. Und achtet mal da drauf, was ich kann. Also ich habe vielleicht relativ unspektakuläre Fähigkeiten, weil ich halt keinen Fallstand bekomme. Ich habe generell Speed plus dauerhaft Saturation. Das heißt, Saturation ist in den neueren Versionen nicht nur, yo, hey, man muss nichts essen. Sondern ich habe mehr oder weniger dauerhafte Regeneration. Saturation ist ehrlich gesagt sogar OP. Das klingt jetzt neben so einem OP-Bogen und Fire Resistance oder viel TNT. Sieht das relativ low aus. Aber ich glaube, dass wir ehrlich nicht so schwach dabei sind. Also ich sage euch ehrlich, ich finde das krass, Junge. Wie viel Creeper, wie viel Skelette, auch vor allem wie viel Enderman. Also das haben die Jungs schon richtig, richtig gut gemacht. Aber jetzt kommt ja auch erst der entscheidende Part. Jetzt geht es darum, zu zeigen, was wir drauf haben. Ganze Wald soll brennen. Heiliger Bim Bam. Wir brauchen Holz, Freunde. Wir brauchen Holz. Gib mir alles Holz. Let's go. Holz, Kupfer, Stein, mir egal. Ich bin in zwei Minuten fullequipped. Meint ihr, ich könnte ohne Rüstung einfach bei Bob, wenn ich jetzt den Tempel sehe, einfach mal rein spazieren? Wir holen uns mal ganz kurz das Shipwreck da drüben und dann testen wir es aus. Wenn wir sterben, ja, dann ist es halt so. Wir gucken, was auf uns zukommt und spielen dann damit. Und ich glaube, Bob können wir wahrscheinlich sogar auch mit Sand töten. Oh, ist das geil. Ist das geil, oder? Oh, ist das geil, Mann. Und hätte keinerlei Probleme. Eins von dreien. Abgehakt. Ey, wie geil wäre das, wenn wir keinen Fall Damage hätten. Das wäre so OP geil. Es ist so geil. Seit wann bist du auf der Risikierung? Perfekt. Erst in der Perle. Und selbst, guck mal, wie schnell ich regeneriere. Guck mal bitte, wie schnell ich regeneriere. Yes, Sir. Das sieht mir doch sehr, sehr stark in einem Deep Dark hier unten aus. I like it. Okay, Digga, wir machen das echt. Wir gehen da jetzt einfach runter, ohne Rüstung, ohne alles. Und stellen uns den Warden. Oh, schon mal sehr gut, einen Lavasee. Safe call wird es hier unten einen Deep Dark geben. Keine Ancient City zwangsweise, aber ein Deep Dark wird hier mindestens sein. Guckt euch das mal an. Boah, ich kann hier einfach runterballern. Wenn jetzt Lava kommt, wäre trotzdem nicht so geil. Bisschen ein bisschen Shrieker kaputt zu machen, aber... Glaube, hier sollte gehen, oder? Well, soviel dazu. Jetzt schon mal gut, dir Spätshage zumindest. Boah, Digga. Sorry. Okay. Digga, 19. Oh. Nicht nur eine kleine Höhle. Wir haben eine Ancient City. Wow. Eine Ancient City ist natürlich noch besser. Die brauchen wir nicht zwangsweise hierfür. Wir entspannen mal eine Dia-Hose. Und das ist der vierte. Jetzt müssen wir uns beeilen. Denn unser Kollege Warden ist gespawnt. Hoffen wir mal, dass der Abstand ausreicht. Sollen wir hier einen Netter einfach? Dann hätten wir einen Netter gekonnt, theoretisch. Ah ja. Sollte wohl ausreichen. Und ja, wir machen es ein bisschen langweilig. Und machen den Bow Spammer. Es ist die effizienteste Taktik, um so schnell wie möglich den Warden zu töten. Bro, wie lange das dauert. Das ist so unfassbar, wie viel HP der hat. Und nicht ganz. In unter 20 Minuten. Aber. Oh. Ich muss keine Images machen heute. Chat ist in dem Arsch. Oh mein Gott. Bitte. Oh mein Gott. Hier ist noch eine giga große Cave. Okay. Hier muss ja irgendwo einer sein dann. Na dann. Auf in den Netter. Ein Endboss fehlt noch. Wir brauchen Blaze Rods und Enderpern. Speedrun. Wir haben erstmal eine Festung. Äh, eine Bastion. Ich muss auch sagen, mit meiner Ultra-Saturation, glaube ich, haben wir auch einen krassen Vorteil im Nether. Gegen so Piglins und Stuff müssen wir nicht ultra viel Angst haben. Oh mein Gott, Bro. Das ist, ähm, ein Rückwurf. Bro, real talk. Ich bin in so eine krasse Sackgasse reingelaufen. Das ist das große, große Problem. Ein bisschen überschätzt. Aber, eventuell wird es dadurch auch nochmal ein bisschen spannend. Es lief fast schon zu gut. Wir gehen in den Netter. Wir kommen danach wieder hierher zurück. Und wir schauen. Mann, ich hätte bei 10 Minuten im Morgen gehabt. Hätte ich nicht so gejokt. Ja, wir gehen direkt in den Morgen suchen. Let's go. Keine Ahnung, wo. Oh, wir haben auf jeden Fall alle gespawnt. Die man eigentlich gespawnt kann. Hm. Ja. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Was machen wir, wenn der... Niemals aufgeben. Und ich glaube, für euch wird das hier am Ende gerade erst recht ein richtig, richtig spannendes Battle. Da spielt noch jemand mit TNT. Let's go. Bob ist... Oh mein Gott. Wir finden kein Wassertempel. Wir finden hier ein Ocean Monument. Nichts. Guck mal. Könnt ihr euch an das Portal hier erinnern? Und könnt ihr euch auch noch hier dran erinnern? Es hat jetzt nicht so lange gedauert. Und schon sind wir wieder hier. Vielleicht hat ein bisschen vom Stuff überlebt. Das wäre ganz cool. Nö. Es hat hier tatsächlich 0,0 Stuff überlebt. Das hier ist Free Warden. Oh, 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 oh. Das ist Free Warden. Und Lavaseel. Okay, erst... Komm, wir machen erst netter. Eigentlich ärgere ich mich ja auch nur um den Bogen. Und vielleicht die Diahose. Die Diahose war stylisch. Dafür 16 Goldblöcke. Und wenn ihr mir dann jetzt noch... Boah. Also Fire Resistance wäre geil. Und eben auf jeden Fall alle Enderpern. Up in the Nether. Number two. Let's see. Bitte geben wir was Gutes. Komm. Ward the Hell. Wir müssen uns noch um eine Menge, Menge kümmern. Und ich sehe noch keine Enderpern. Drei Enderpern ist die Ausbeute aus 16 Goldblöcken. Suchen wir uns eine Festung. Und einen Warp Forest. Denkst du, du wirst überhaupt ins Video reingeschnitten? Und Paypal Giggles. Lass lieber TikTok, oder? Ja. Das stimmt. Elf in der Perle. Okay, sehr geil. Ja, mit Diahose wird Bock schon mal. Vier Stück. Slow and steady. Ja, Bro, ich weiß nicht. Hier drüben... Da muss doch gefühlt eine Festung sein. Da ist eine Festung. Okay. Zehn. Der aktuelle Plan ist einfach nur so schnell wie möglich Minecraft durchzuspüren, Bro. Zwölf. Sehr gut. Bro, jetzt nur noch die Festung. Aber wie geil muss das für Stege sein mit Fire Resistance? Mit Fire Resistance und der unendlichen Enderperle hier lang zu ballern. Boah, ich kann das echt nicht mehr. Sieben. Passt, oder? Beditchen? Beditchen. Oh mein Gott, Bro. Ich hab so lange danach gesucht. Danke. War auch so eine ultra versteckte, ne? Alright, rein. Mit der Fire Resistance und jetzt. Jetzt den Turbo. Drei droppen. Reicht, wir gehen raus. Wir kommen nie wieder zurück. Oh mein fucking Gott. Okay, haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Jetzt geht's weiter. Wir müssen jetzt eine Kuh finden. Schnell Mining Fatigue wegmachen. Dann müssen wir in den Nether gehen. Und dann kriegen wir das hin. Es ist noch winnable. Wir müssen dann in Roundabout nochmal so 1500 Blöcke in eine Richtung. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich hab ne Idee. Ich weiß schon, wie wir zurücktrappeln. Und ihr probably auch. Okay. Ach, oh mein Gott. Okay. Let's go. Okay, weiter geht's. Wir sind beim Plains Loversee. Oder geht das so sogar? Oh, wie cool. Das ging so cool. Alter, das ist so cool. Ja, Bro. Also das sind auch wieder, also das sind schon wieder Situationen in einer Challenge, in denen ich mich eigentlich nicht befinden möchte. Aber ich bin mittlerweile auf der Bedrock-Decke, Bro. Wir sind wieder im Plains. Das kann nicht sein. So. Und raus hier. Stabile Koordinaten für den Blind. Wow. Exquisiter Spot. Okay. Schon mal gut. Wir sind sehr nah. Wir sind sehr, sehr nah. Let's go. Stronghold located. Come on, Leute. Oh mein Gott, Bro. Ich hab ja halt... Ich hab auch keine Ahnung, wie war jetzt bei den... Also wie es bei den... Also wie es bei den anderen läuft. Aber das könnte hier ein ganz intenses Ding jetzt noch werden. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. All right. It's time to shine. Wow. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Okay. Ja. All right. In der Drache. It's time to shine. Wir haben das schon oft gemacht. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich wirklich ein letzter... Also... Bestimmt ein paar Tage den Ender dran nicht getötet. Das Gute ist, ich muss keine Angst haben vor Vollschaden. Hallo Drache. Das kann jederzeit noch jemand anderes hier finishen, ne? Also, hier ist noch nichts safe. Boah, ich krieg keinen Fallschaden. All right, Ender Dragon. Dann, ähm... Würde ich mal sagen, du bist Kreatur Nummer 3 auf meiner Liste. Und damit haben wir den Warden Bob. Und final am Ende den Ender Drachen. Es ist keine vorzeigbare Zeit für die drei Kreaturen. Ich wollte es nur unter einer Stunde machen. Aber, was soll ich machen? Somit haben wir nochmal ganz gut gecomebacked und nicht aufgegeben. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Yo! Yo! Na, Jungs, was geht ab? Was geht ab bei euch? Jungs, es ist jetzt ein bisschen doof, aber es ist jetzt halb. Und ich müsste pausieren, weil jetzt... Also, ich war jetzt mit Kevin. Du hast doch alle, oder nicht? Ja, natürlich habe ich alle. Yeah! Ach so! Soll schon sagen. Ja, nee, es kam... Ey, Jungs... Alter, das war... Also, das war richtiger Scuffed Run. Ich musste so lang eine Festung...